Wo sehen Sie die Entwicklung Ihrer Mannschaft, wo kann sie hinführen? Schweben da schon irgendwelche Gedanken an internationalen Wettbewerbe in Ihrem Kopf rum oder ist das völlig außen vor? Naja, das ist völlig außen vor. Wir machen uns keine Gedanken, wo das hinführen kann oder soll, sondern wir machen uns nur über den Ist-Zustand Gedanken und denken von Spiel zu Spiel. Ich glaube, das ist auch die richtige Vorgehensweise. Also es ist klar, dass es eine Entwicklung ist seit zwei Jahren, die sehr, sehr gut ist. Und wir haben in der letzten Rückrunde 28 Punkte geholt. Jetzt haben wir nach 14 Spieltagen 24. Von daher, um das Gleiche zu bestätigen, wie es in der Rückrunde der Fall war, bräuchten wir noch vier Punkte. Aber das bestätigt ja nur, wie toll es läuft seit zwei Jahren, was die Mannschaft für einen unheimlichen Job macht und wie sie momentan mit Selbstvertrauen da aufspielt und das sehr, sehr gut umsetzt. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.